Es gab wieder zwei Frauenmorde in der Nacht von gestern auf heute, diesmal im Westen Österreichs in Walsitzenheim, einer Region, die ich selber gut kenne und die ich schon oft selbst auch besucht habe. Und diese Morde erschüttern uns natürlich nicht nur, weil jede dieser Taten stets erschütternd und verachtend ist, sondern vor allem auch aufgrund der Häufigkeit, zu der es hier mittlerweile kommt. Und insofern möchte ich zunächst einmal natürlich den Angehörigen der Familie, den Verwandten und Freunden mein Mitgefühl aussprechen. Ich möchte vor allem aber auch festhalten, dass ich es sehr wichtig empfinde, dass der Innenminister, die Frauenministerin, die Justizministerin hier gemeinsam auch Maßnahmen vorbereiten, um alles zu tun, um Opfern bestmöglich zu helfen, um Präventionsarbeit zu leisten, damit solche Taten so gut wie möglich verhindert werden können, aber auch, wenn es dazu kommt, dass die Täter in voller Härte bestraft werden. Solche Verbrechen dürfen in unserem Land keinen Platz haben und ich hoffe, dass wir hier auch parteiübergreifend dagegen ankämpfen können.